Paluten wollte gerade eben eigentlich vorbeikommen und dann wäre dieses Video schon viel früher gekommen. Das ist jetzt nicht das Video, was ich mit Paluten machen wollte. Macht alles gar keinen Sinn. Deswegen als Ersatzvideo heute sehr spontan. Car Mechanic Simulator Demo 2014. Es kam nicht mal ein richtiges Spiel raus. Ultra schlecht bewertet. Wir hauen direkt rein. Lasst einen Lauben nach oben da, wenn es euch gefällt. Los geht's. Beginn. Dieses Menü. Woll ich ein Profil erstellen? Wellek Stiggy. Play. Let's do this. Ich bin so bereit. Karriere. Zeig mir, wie ich Autos repariere. Zeig mir, wie ich Autos repariere. Kfz-Werkstatt-Simulator. Heißt das Spiel anders oder was? Junge, wie heftig das ist. Das ist einfach krasser als Need for Speed, Mann. Als ob ich auch so laufen kann. Es ist wirklich krasser als Need for Speed. Es ist einfach krasser als Need for Speed. Oh mein Gott. Das ist ein 2014er Spiel. Car Lift. Wo ist der Car Lift? Da. Oh Gott. Oh Gott, da fährt er hoch. Kann ich springen? Oh. Oh, geil. Geil, das war's. Heftiges Tutorial. Heftig auf jeden Fall. Ich bin bereit. Ich kann alles. Ich hebe Sachen manchmal. Manchmal liege ich stehen. Alter, man kann sogar drauf. Guck mal, wie ist das denn mit der Rundper weckt? Oh mein Gott. Front Breakpads machen. Okay, mach ich. 500. Okay, mach. Los. Ich bin ready. Yeah. Okay, vier new Breakpads muss ich kaufen. Wo? Inspizieren. Oh mein Gott. Wow. Alter, wie ich für ein Biest bin. Ich habe einfach Schrauben geklaut. Die verlösen sich einfach. Ich habe halt so ätzende Hände. Das ist halt das Ding. Oh, Menü. Was muss ich machen? Hide, show, part, examine. Tschüss. Zoom, EQ, D, Kamera, rotieren. Oh, guck mal. Ich kann was machen. Grün. Grün. Ich bin im Auto. Ich bin im Auto. Ich will zurück. Ich will zurück. Raus. 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 Habe ich gemacht. Ich habe was gemacht. Ich muss ja neue kaufen. Jetzt machen wir wieder runter. Äh. Hide, show, part, content. Ah. Ah. Okay, cool. Oh. Puh. Kann ich reinfahren und fahren? Kann ich reingehen und fahren? Check Errors? Ich will nicht Errors checken. Ich fühle mich wie ein echter Mechaniker. Reading Eprom. Cool. Hat ja alles funktioniert. Jetzt lass mal fahren. Lass ballern. Oh, jetzt habe ich wieder rausgeklickt. Weiter. Okay. So, das da. Repairn. Ich habe was repariert. Geil, Alter. Ich habe richtig fett Sachen repariert. Geil. Lecker. Oh, fuck. Jetzt habe ich wieder rausgetappt. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, diese Maus ist viel zu schnell. Ich muss mal kurz hier ein bisschen machen. Ich habe wieder rausgetappt. Nehme mal ab wieder. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe gerade eben. Aber ich werde jetzt hier wieder schön, schön mal was abnehmen. Hm. Ja. Okay, vielleicht doch nicht. Ja, ich gehe nochmal raus. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ich habe auf jeden Fall irgendwas da reingemacht. Ich habe jetzt die Scheiben nicht ersetzt, ne? Ja, ich drehe mal rein. Ja, guck mal. Ich bin Runddreher. Geil. Rund gedreht. Geil. Okay, habe ich jetzt was richtig gemacht? Condition ist immer great. Great. Für mich ist das jetzt eigentlich fertig. Da wird jetzt, jetzt wird hier, hier wird jetzt richtig repariert, Leute. Ich werde jetzt hier so einen weg reparieren. So richtig rein. Das da. Wegnehmen. Wegnehmen. Ja, geil. Ich nehme das jetzt auch noch mit. Noch irgendwas? Ne, ne? Jetzt habe ich alles rausgemacht. Oh mein Gott. Ich habe schon wieder was rausgenommen. Ah, Gott. Scheiße. Ich bin weg. Ich bin weg. RIP. Tschüss. Ich habe alles kaputt gemacht. Oh mein Gott. Ah, da kann man bestimmt Sachen kaufen. Ich bin in einem Computer. An einem Computer. In einem Computerspiel. Wie heftig ist es bitte? Oh, ich habe gar nicht so viel Geld. Nice. Ich habe es gemacht. Geil. Okay, ich habe Sachen gekauft. Jetzt gehe ich nochmal hier ran. Beim anderen habe ich jetzt die Kaputten drangemacht, ne? Fuck, ich bin schon wieder rausgezählt. Das kann doch nicht wahr sein. So. Ich habe doch schon alles runtergenommen. Jetzt lass mich mal da ran. Moment. Moment. Ich will es abnehmen. Ich will es abnehmen. Ich will es wieder abnehmen. Warte, ich nehme das nochmal ab. Ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine Idee. Ich mache das jetzt auch wieder hier dran fertig. Warte. Guck. Guck. Ich kann das. Geil. Ich habe das wieder fertig gemacht. Ey, ich bin so eine Maschine, Mann. Alter. Bei mir ist halt alles einfach echt geil. Ja, mach ran. Komm. Und jetzt hier. 100%. Da hinten. Bist du bereit? Da hinten. 100%. Übelstes Biest. Ja. The more. Fuck off. Oh, dreh rein. Oh, das sind so geile Bremsen. Geil. Alter. Dann mache ich jetzt hier auch noch. Ich mache jetzt hier so geile Bremsen da ran, ne? Schön. Und dann mache ich mal hier den. What? Oh, ja. Oh, ja. Boah, ich habe so drangeschraubt jetzt, ne? Ich bin so geil. Also, es ist wirklich, manchmal macht mich das schon geil. Wenn ich so ein geiler Mechaniker bin, dann machen mich Sachen geil. Mein Fenster ist auf. Das hören Leute auf der Straße. Ist mir egal. So, also das Rad ist für mich fertig. Klinisch ist das Rad für mich fertig, muss ich sagen. Äh. Ist da eigentlich alles drin? So, für mich ist das Auto fertig. Fertig. Geil. Geilo. Jetzt Quick Menu. Ich will stempeln. Und, und. Repaired. Als ob ich so ein King bin, Alter. Ich verstehe so viel über Autos jetzt. Ich bin einfach ein, ich bin ein Auto. Kann man das auch testfahren? Description. Airfilter Oil. Ich mache da alles von, Leute. Lass uns doch mal. Es geht sogar mal, kann fahren. OMG. OMG. Also, ob das funktioniert. Oh, Alter. Ich sage es euch. Das muss das neue Need for Speed werden. Handbremse. Schön gezogen. Oh, fuck. Heftig. Kann man auch Perspektive wechseln. Aber man kann auch Perspektive... Als ob das funktioniert, Mann. Oh, ho, 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 ho. Hahaha. Warte. Gucken wir mal. Die Frage ist auch immer natürlich in der Werkstatt, wie... Mhm. Wie stabil ist ein Auto eigentlich, ne? Oh, das Slalom. Geil. Hat ja super geklappt. Aber ich habe jetzt immer noch nicht getestet, wie stabil ein Auto ist. Entschuldigung, Leute. Wir müssen kurz testen, bitte, wie stabil dieses Auto ist. Sind da jetzt Schäden dran? Ich glaube nicht. Entschuldigung. Der Test hat mir nicht gereicht. Wir müssen einmal vielleicht noch ganz schnell... Mal raus. Also, man muss es halt mal testen, ne? Gucken wir mal die Stabilität... ...des Rumpfes. Es muss getestet werden. Ist ja auch ein Jaguar. Jetzt muss ich ja wieder rein. Was muss ich denn ausbauen? Ich kenne mich ja aus. Hier. Baller durch, Diggi. Bagger durch. Gucken wir mal. Irgendwelche Kratzer davon. Gucken wir mal, wie stabil dieses Auto wirklich ist. Was kann man erwarten hier, wenn man sich einen Kuga kauft? Und zwar, es ist komplette Qualität. Man muss es einfach mal sagen. Mama... Jetzt bin ich hier rausgetappt. So, was müssen wir denn machen? Wir gehen jetzt einmal hier rein. Dann gucken wir mal ganz kurz, was denn hier im guten Zustand ist. Und wir setzen hier, Diggi, Vettel. Ja, ja, ja. Ja, Öl ist Öl. Ne? Das sage ich ja immer. Öl, sage ich da, ist Öl. Ne? Da gehen wir mal ein bisschen hier raus. Exit. Oh, ich weiß, was wir gar nicht gemacht haben. Aber das ist ja doof, ne? Manchmal bin ich ja ein Doofi. Als ob. Nice, Alter. Zeigen wir mal ein bisschen die Part-Condition. Wie sieht das denn hier aus? Ja, mhm. Oh, das ist ja... Toll. Oh, oh. 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 Das wird jetzt hier aber ganz schnell... Hier kommt die Montageabteilung. Da wird jetzt hier mal ganz schnell das Auspuffding abgeschraubt. Ja, zack. Da sind die kleinen Schraubis. Hm. Es gibt so viel Spaß da dran. Das kann man jetzt eigentlich auch fahren. Moment mal. Moment mal. Ich habe jetzt den... Ich habe den... Oh Gott. Oh Gott. Das wäre so super. Oh, das wäre so toll. Warte, warte, warte. Incomplete. How can you? Das Spiel lässt sich nicht austricksen. Aber Leute. Ich würde sagen. Wir haben zumindest einen kleinen Einblick bekommen. Wie es ist, ein Mechaniker zu sein. Und dementsprechend sage ich euch jetzt schon. Äh, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Kritik bei der Bank aufnehmen. Habe ich gemacht. Jetzt habe ich Geld. Ich brenne durch nach Acapulco. Ein kleiner Abblick ist gestattet. Summer Sale ist gerade auf Steam. Ich habe mir tolle Simulatoren für die nächsten Tage runtergeladen. Seid gespannt. Ich tue mein Bestes, im Umzug weiterhin die Videos zu bringen. Es kommt jetzt momentan gegen den Abend, weil ich immer noch auspacke, umpacke und einrichte. Und das ist viel Arbeit. Aber läuft alles. Ganz gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr alle, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Und... Tschau. Ja. Äh. Äh. Juhu. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß. Und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.